ProPlay LP Hi Leute, willkommen bei ProPlay LP Und wir sind wieder mit Michael in GTA 5 unterwegs Wir fahren zur nächsten Mission, wieder zu diesem B Was hieß das nochmal? Wir schauen gleich mal nach Das B war Federal Investigation Bureau Da fahren wir jetzt gleich mal hin Und machen die nächste Mission und schauen mal Was da überhaupt wieder abgeht Ob wir wieder eins über den Schädel kriegen Und dann im Leichen der Schauhaus landen Wir werden es ja sehen So, das ist auch gleich hier vorne irgendwo Da steht auch der Typ bestimmt irgendwo rum Okay Oh oh Im Wolkenkratzer, was geht hier ab So, die Clues sind hier natürlich rum, die hocken hier rum Oh isn't this nice, you didn't tell me we were double dating Sorry guys, this burn a hunk of love is all mine Brilliant So, well done with our friend, Mr. K My pleasure I love helping our government wage war Especially with itself But you made a mistake Did I, Cupcake Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe The joke stop now pal You will show me and my team some respect Maybe you could define team for me Is that just the three of you Or the greater FIB Or the entire government Because I'm tempted to argue that thus far We haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect And why don't you start with me, genius You got it, pal We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station I just dealt with that guy The agency is stepping up to questioning because of your moronic antics down at the corner's office We need to get him out of there before he blabs I did what agent Norton said Then I guess you getting involved with a clapped out old agent Who's been living off of past glories was your first mistake Jake You are my boy now, amigo My career depends on this And that's very important to me So seeing as we're all boys now That makes it important to you You'll run along, kids See, there you go, Dave You can't teach an old dog new tricks Let's go Okay, ab geht's Wir sollen wieder irgendeine Sache abziehen Ein krummes Ding drehen Ein Überfall oder Irgendwas ähnliches Auf jeden Fall hat's irgendwas zu tun mit dem FIB Gebäude Mit dem Federal Investigation Bureau Mit dem hat das was zu tun Wahrscheinlich sollen wir in dieses Gebäude rein Und irgendwas abziehen da drinnen Okay Steigen wir mal in die schöne blaue Karre ein Und fahren los So, wir sollen Franklin anrufen Er soll wahrscheinlich bei der Sache mitmachen Und Trevor Trevor soll auch mitmachen Okay Okay, da sind wir ja wieder zu dritt Da sind wir alle drei Meter vereint Okay Okay Dann kommt der K aus der IAA Station Glinton wird festgestellt um die Straße um ein Blick auf die Procedungen Phillips fliegt dich in Du riefst und schaffst Die Extraction Und ich bin der beste Typ du hast Mit dir haben wir gute Leverage Das war groß Und du hast Trevor in gebracht Wir sagen ihm alle Wir werden ihm alles Wir werden ihm alles Wir werden ihm alle Ihr braucht diskretes Unterstützung Wir werden Kontrolle der Situation Diskretes? Kontrolle? Ja, gute Glück Kontrolle und diskretes Trevor Ein Hubi-Schrauber Ich bin in diesem Spiel noch nie Hubschrauber geflogen Noch nie Ich meine im GTA V also in diesem Teil bin ich noch nie Hubschrauber geflogen Es wird dann das erste Mal für mich Da bin ich ja mal gespannt Das ist Ich bin gut Ich bin gut Ich bin Bill Woh 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 N". Woh Okay, Trevor, mal ab hier mit dem Hubschrauber. Das kann ja nur heftig werden. Okay. Okay, wir sind mit dem Hubi unterwegs. Mit dem Hubi-Schrauber. Das kann ja nur geil werden. Aber wo sollen wir landen? Hör, 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 hör. Soll ich hier irgendwo auf so einem Haus oben landen? Also hier nicht? Ah, okay, ich soll also doch da landen. Okay. Okay. Dann werden wir mal da landen. Ob wir da runterkommen? Bring uns da ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt landen soll. Ich nehm es mal an. Ich probier's einfach mal. Ne, ich soll da nicht landen. Ich soll hier irgendwo an dem Gebäude. Hm. Ich kann nicht in hier. West Side. Hallo. Ja. Ah. So ein Mist aber auch. Ja, ich wusste jetzt nicht so richtig, wo ich hin soll mit dem Hubschrauber. Ah, es macht ja nichts. Machen wir das Ganze nochmal. Wir werden die Stelle schon finden. Westseite des Gebäudes. Keine Ahnung, wo hier die Westseite des Gebäudes ist. Oh, der Hubschrauber schwankt auch ein bisschen so. Der hat so ein bisschen, ja, ein bisschen Turbulenzen hat die Kache. Ein Hubschrauber hat ein bisschen Turbulenzen. Ein paar Turbulenzen hat er. Naja, wir fliegen das erste Mal mit den Hubschrauber in diesem Spiel. In diesem Teig GTA V. Da ist es noch ein bisschen schwer am Anfang. Mit Trevor. So, Westseite des Gebäudes. Welches der Gebäude überhaupt? I'm going in on the west side of the tower. Get us in position. I'll drop. Okay. Hier ist der Abseidpunkt, okay. I get out of the chopper here. I'm gonna pass out. Bring it down. We're too far from the wall. Ich muss natürlich erstmal hier rausfinden, wo ich überhaupt hin soll. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt runter? Weiter runter. Über den Rand des Gebäudes. Keine Ahnung. We need to get closer to the base of the tower. Okay, ich glaube ich muss direkt über den gelben Punkt. Jetzt, äh, jetzt hab ich's hinbekommen. Muss ja auch funktionieren. Okay, noch weiter runter. Wir seilen uns direkt über den FIB-Gebäude ab. Okay, was geht hier ab? Ja genau, so läuft's, so läuft das hier in dem Spiel. Okay. Hey, I want to help! Go shoot me! I'm reloading my weapon! Room's clear, T! Hit the witch, get us out! They're extracting the ass heads! Help! Oh my God! We cannot jeopardize the ass heads! T! We need to be clear of this building! The guy's shooting at you, Mikey! That's unfinished business! Clean it up, we'll move on! You damn softie! Hey, I can't get a shot at this last dude, man. You gotta take his ass out. Whoa! You think it's funny seeing me dangle here like a duck in a carnival game? Eat your greens! Help me, please! I'm crying, all right? Now help! Get us out of here! Okay, and go away here! We'll be followed by the hookers! You got a bogey coming at you, Franklin! Shit! Hey, I'm clear over here! Good work! Ich erwischt dich schon! We are clear to engage you! I don't want to disturb you, Mike! But you might want to do something about the coppers before we're blown out of the sky! Just say it! Oh, shit! Shit! I'm sorry! You're strapped in, you'll be fine! Hey! He may be open, but he's still got you! Ich erwische euch alle! Hey, don't hit anyone on the way down! One last round up! With these guys gunners, we ain't going nowhere! I'm slipping! I'm sorry to God! You're good! Sit back and enjoy the ride! Ha! I think they have to be open, or is there still something? Answer that, Commander! Come in, Franklin! This might be the time to make your exit! We'll talk soon! Who are you people? That doesn't matter! They said that we are government! I do hope, here! I'm not a... I don't care who you are! Now why are you doing this to me? Hey! Hold tight! I got some friends! Unser Hubschrauber wurde leicht, oder schwer erwischt. Er qualmt übelst hinten, weil wir ein bisschen erwischt worden. A paar Schüsse abbekommen. Aber auch das werden wir schaffen. Oh, die Kiste schwankt aber. Aber wir kommen hier schon... Wir werden auf jeden Fall sicher runterkommen. Bin ich mir sicher. Okay, doch nicht. Das war doch nicht der Abstellpunkt. Da soll ich hin. Okay. Dann liefer ich die Kachel halt hier ab. Da winkt auch schon jemand. Okay. Dann ist das unser Landepunkt. Super gemacht. Super erledigt. Okay. 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 Okay.